Hallo und herzlich Willkommen wieder zurück zum Bumble Club mit Sherock! Hi! Hallo Sherocke! Hallo Bumble! Ich würde mal sagen, komm wir starten mal gleich eine neue Runde. Was ich aber mal ganz kurz... ...gucken möchte... ...ob es neue Waits gibt eigentlich. Das ist Verteidigung. Grenzverletzung. Grenzverletzung? An sich den Namen kenne ich noch gar nicht. Könnte man eventuell auch mal reingucken. So komm, lass uns mal ein paar Batterien kaufen. Äh, schnappen meine ich. Kaufen sag ich schon. Batterien kaufen? Ja, Batterien. Hier gibt es eine neue Ressource quasi. Batterien. Mhm. Ja. So. Düt, dü, 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 dü. So. Wer möchte mit uns Batterien farmen? Keiner. 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 Maddie des Videfrau kann fliegen? Nein, kann sie nicht. Die fährt ja diesmal. Hafuzio. Sie sitzt jetzt drin. Gut und dann dauert er lange. Oh, die lässt gleich drehen entfliegen, oder so. Oh, jetzt geht's los. Jetzt, wo ich gerade noch eine Testfahrt machen wollte. So, die Karte kennt man. Alter, da sind 10.000 dabei. Ja, bei deinem Mist. Ich gehe wunder. Na gut, dafür haben wir sehr viele in 9.000er-Bereich. Ah, das Auto, das fährt noch so wie damals, glaube ich. Das ist noch sehr, sehr... Also damals scheiße, jetzt sind wir noch scheiße. Nein, das kannst du so nicht sehen. Aber aufpassen nicht. Ja, aber fahrt mal ruhig vor, damit ihr den ersten Feuer abkriegt, da habe ich schon. Okay, voll getroffen, die Scheiße. Du bist schon weg, aber nee. Ja, ich habe nichts mehr. Ich wollte mich extra turnen, damit ich hier drüber fahren kann. Und dem entsteht aber einer und dann hat er mit seinen Scheiß... Ah, schieb mich doch hier nicht weg, du, Lümmel. Mensch, mein eigener Typ hier, der schiebt mich hier weg. Ich bin killgeil, ich muss den haben. Jetzt habe ich nur eine Abschlusshilfe bekommen. Ach, da vorne ist Schorke. Ist da irgendwer in der gegnerischen Basis, oder... Ja, bei uns ist der dort blinkt. Nee, nee, ich meine... Ja, ist schon gut, alles klar. Da kommt gerade einer. Da kommt eine Spinne! Spinne, ich habe dich gesehen. Ah, mal nicht alleine vorbrechen. Äh, ich hau doch mal ab, hier! Oh, der hat glaube ich einen Doppel-Tsunami, die Spinne. Ich war sowieso noch nie ein Freund von, einfach nur Basecampen. Klar. Ich geh da jetzt rein. Ich geh da jetzt rein! Du, mit deinem Doppel-Tsunami, du kannst mir gar nichts! Ich schieße dir ab, du Lump! Was, die haben verloren? Ja, natürlich, die haben uns über... Haben uns über... 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 Übernommen. Ah, oh, ich habe drei Batterien gekriegt! Oh, nie wieder! Und eins gecaptured! Eins gecaptured! Hm... Ich war gar nicht so... Was, du hast mehr Punkte? Obwohl du keine Waffe hattest? Was hast du gemacht? Eine gecapt? Ach, stimmt, ja. Dann blieb ich mir nicht mehr übrig! Dann war es halt gleich vorbei! Mit der Zauberei! Oh, 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 oh! Dann nehmen wir diese Rösen. Vorsprach! Hol dir die Batterien! Oh, was ist das denn? Wieder eine neue Map. Ja... Aber wieder von A nach B. Von A nach B, aber eine neue Karte. Dass die sehr verwirrend aussieht. Das war's. Was hast du, hier gibt es nichts Neues. Oh, was war das denn? Oh, Gewitterarbeit! Ach, guck mal, das ist dieselbe Karte wie beim Capturen. Nur quasi ohne Capturen. Genau, einfach fahren. Einfach sinnlos fahren. Einfach sinnlos fahren Ich glaube, das ist eine echt geile Karte für Hurricanorsentscheidung für Tsunami, oder? Guck mal, wie offen die ist eigentlich Die ist offen für alles, haha Haha Wie Sherog Ich hab sie gerade gerettet, hast du das hier sehen? Also nicht dich, aber der andere da Ihr solltet Respekt haben Weil ich bin Ehrenmann Wo sind Schauke? Da in der Mitte kämpft er, ja? Ja, okay, er flieht Ich hab was hinterlassen Ey, du Eupunk Euch schreib mal mit I und nicht mit Y, du Keine Ahnung, wisst ihr? Das ist die Jugend Oh, was ist das denn? Nein! Lanzentyp Du Limmel Ich hoffe, hier sind die Lanzen in den Hals stecken geblieben Kommt hier noch eine Rakete, natürlich Oh nein, der hat zweimal Zweimal die Dings, äh Nein! Da hab ich wieder eine scheiß Drohne festgesetzt Oh, 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 oh Äh, guck mal den Piu-Piu-Piu-Piu an Siehst du das? Mann, 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 Mann Guck mal, Piu-Piu-Piu-Piu Naja, ich weiß Das ist einer von den letzten neuen Waffen mit dem kommischen Branddinger da Das Fahrzeug sieht aber auch ganz cool aus Ja, man müsste nur zielen können, wa? Junge Nee, das Feuer, da kann er nachwirken, nein Macht er nachwirken, da brennt schon Oh, da kommt noch mal sein Oh, was war das denn? Ja, es gibt noch eine zweite Armbrust Oder zumindest eine Dreie jetzt schon mittlerweile Ja, darum eine gab's ja schon ganz am Anfang Glaube ich, bin mir nicht sicher, keine Ahnung Ja, doch, er macht eigentlich ganz guten Charme mit seinem Feuer Ja, das Feuer ist ja mehr zum Zum Abblättern der Teile, wenn die rutsucht einen Naja, ganz schnell mal so ein Reifen, wenn die dir fehlen Beziehungsweise sind Spinnenbeiden Oh, doch, er macht eine ganz gute Schadenzahl eigentlich, das ist okay Haben wir gewonnen Ey, was? Also mein Verdienst war's nicht Äh, meiner ja Wie gesagt, ich hab mich selber ausgedacht Okay Alter, sind wir so schlecht geworden in dem Spiel? Ne, wenn man lange nicht mehr spielt Wie lange ist denn schon her? Halbes Jahr? Dreivierteljahr? Ne, ein halbes wurde, glaube ich, ganz gut hinkommen, oder? Doch Dies Jahr haben wir auf jeden Fall schon mal Kurser durchspielt Sicher? Ne Ne, bin ich mir grad nicht sicher Aber wir haben wieder Pew 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 bei uns in dem Team Aber der kann uns ja auch Schaden machen, oder? Ja, ich glaube, glaube ich glaube, ich glaube nicht, aber ich weiß nicht selber Ja, ich glaube nicht, aber ich als´ ich selber klüge Echt? Weiß ich Aber ich weiß nicht, ob sich dann alles geändert hat Ja gut, ja, ich habe auch nie Patch-Noss mitgelesen Das gebe ich ganz offen zu Ich bleib mal hinter Scherok Ja, da bist du auch verloren Ja, ich weiß Aber du nockst dich ja eh selber aus, wenn du denn Äh, ja, ich hab mich selber irgendwie Ja, da ist ja einer Jay So, wollen wir mal ein bisschen mit dem Minigand draufhalten, wa? Piu, 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 hat Probleme Wollen wir ihm mal ein bisschen helfen Das Gute ist, durch Feuer Kriegt ja der Gegner noch mehr Schaden Ja, wenn man ihn dann beschießt, wenn er im Feuer steht Ja, der ist weg Das hab ich mir noch auf jeden Fall gemerkt Das, das kenn ich noch Ja, wenn der Gegner in Flammen steht oder glüht Dann kriegt er halt mehr Schaden Oh, da sind ja zwei Gegner Oh, der hat zweimal Ah Au Ey, ich hab nichts mehr Ja, ich hab nen Gegner Hilfe Warte, der hat immer noch ne Waffe Wie kann das sein? Ja, ich hau ja schon ab Entschuldigung Entschuldigung Wenn Capture ich halt nur noch Schau, du lebst du noch? Ach ja, du bist hier Oh Hast du ein Drohnenfahrzeug? Hab ich doch vorhin schon gesagt Ich hab mich meiner eigenen Drohnen vor uns auseinandergekippt Au, au, au Ey, wie kann der mich treffen? Stell mich jetzt hier hinter, also Das ist jetzt mein dritter Versuch mit dem Fahrzeug Die erste Runde ging ganz böse an mich Also ey, Treffer und alles war leer, leider Ja, gut, es war nur ein Zweirikantreffer mit Aimer Und so günstig neige Bauer, dass sie die Alle Waffen wird immer weggekönnt Guck mal, ich seh ja noch fast heiler aus Ich hab nur keine Waffen mehr Ich hab vorhin schon ein Rad verloren Basis eingenommen, yay Ich durfte gar mal E-Kill gemacht Boah, ich hab sogar Benzin gekriegt Ich geh mal in der Garage, ey Äh, was haben wir denn noch zur Auswahl? Ich hätte hier noch nen Panzer Was hat denn der eigentlich? Kann der, geht der überhaupt noch zum Fahren? Oder ist das Ich baue die mal zusammen Ich hab hier auf jeden Fall noch nen Panzer Doch, die können wir nehmen Der ist halt nur mit 9,6 Und ich glaube, da muss ich aber Einen anderen Fahrer nehmen Ich glaube, den hier Achso Willst du noch was Höheres nehmen Oder willst du dabei lassen? Ich hab schon umgestrukturiert Ah, so, okay Dann starte ich einfach mal Ne, geht lieber noch nicht Warum? Weil wenn ich das Fahrzeug wechsel, dann ist es, oder? Doch geht Haha, ab 12 geht er gleich Ja, das ist sowieso egal Ja, ja, darum Ich hab nix mehr Ich hab nix mehr Also bei mir ging's bis Bis 8 Knapp etwas über 8 Und das war's dann Okay Und dann geht's ab 12 wieder los Ja, den Panzer Den Ich glaube, so oft bin ich Damals auch gar nicht gefahren Den hatte ich glaube, nur für die Abschlussfolge Gebraucht Und das ist, guck mal Da so ein Vierer und einen Klan Plus n'haufen Bots Wird natürlich doof Schau, wo wollen wir hin? Wollen wir C? Du bist auf der Was, C? Nein, dann fahr ich nach C Äh, hätte ich vielleicht auch da oben lang fahren können Naja, okay, mach ich jetzt Ich muss nur mal gucken Ob ich noch mit diesem Fahrzeug überhaupt klar kann Oh, die prügeln sich hier alle So, am besten wäre es doch Wenn einer auf C bleibt Und der Rest geht schon mal auf B rüber, oder? So wie du das ja gerade tust schon Weil ich sag mal Einen Punkt hat ja jetzt jeder Aber eh mal sich auch So, ich bin jetzt bei B drinnen In der Mitte So, ich treffe mich Oh, au, 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 au So, äh Hinter mir ist noch einer Achso, was ist ein Bot Ist ein Bot Okay Ey, du Lümmel Okay, wir sind so lange raus Ja, wie soll ich sagen? Ja, die quatschen sich natürlich ab, wie sie den einkesseln und kriegen Würde ich mal sagen Oh, die erste weeper ist frei Ah, jetzt so Wenn du den Fliegebald aus dem Weg räumen kannst, dann ist das eigentlich schon Nee, du musst den blöden Scheiß Oh, guck mal, man kann A zurück einnehmen Guck mal, da war ein ganz kleiner blauer Balken Ja, ich weiß, ich weiß Na klar kannst du das Achso, ich hab gedacht, das ist ein Nee, ich hab gedacht, das ist Geschichte Nee, nee, nee Ja gut, das war's jetzt hier Der letzte ist jetzt waffenlos Der letzte ist waffenlos Na gut Der Lump Hm, hm Gleich nochmal raus und nochmal neu rein Also gegen das Team, was ich nochmal spielen wollte Äh, ja, kann man machen Warte mal, du hast ja jetzt eh dein 12.000er Ich hab doch hier auch noch einen Äh, ja, den da rein Ja, danke Kann der überhaupt noch fahren? Ja, er kann So, Attacke Ja, ja, ich hab grad nur geguckt Wegen Energie nicht, dass hier jetzt irgendwas Für, für ein Winterjarten ist, weißt du? Nee, nee, also die haben mir so Irgendwie was gerade Die Nahkampfsachen haben sie halt irgendwie verändert Also energiemäßig Aber sonst so, irgendwelche Beschleunigungseinfüse Hab ich jetzt nie gesehen Irgendwo, mein Corporal gar kein Fahrzeug Halt vor, dass ich irgendwo Keine Bewaffnung mehr nutzt Okay Naja, so prall ist das Fahrzeug Jetzt zwar nicht, was ich hier habe Aber ist okay Dann muss ich wieder umdenken Dann muss ich dort das abmachen Und dann wird er ein Mähdrescher dran machen Oh, wieder das Ach, wieder dieselben Oh, na toll Wieder in derselben Gruppe Ja, da sind wir ein bisschen so schnell Jetzt warten müssen Ich hab doch schon ein Fahrzeug gewechselt, ihr habt Ja, dafür haben wir doch jetzt Dafür haben wir doch jetzt Ein paar andere Leute Wo sind eigentlich die Socke? Da ist er Guten Tag A wird eingenommen Oh, wir überraschen gerade A quasi Wieder vier Leute Komm Brian, komm Pool Attacke Attacke auf A Attacke Au, 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 uh Oh, der, der, diesen Kann man ihn nochmal wegnehmen? Mensch, oh Oh, die Waffen dachten aber ewig in den Leuten Ah, wie ich das vermisst habe Ist das so eine Scheiße gewesen? Wie ich das vermisst habe Ich hab den lange schießen dürfen Das Scheiß mit dem Blitz, ey Das ist beim, beim Leuten noch alles verlangsamen oder was? Äh, möglich, ja Möglich, möglich, möglich Ich durfte einmal schießen Dann noch nie wieder Da hat mich dann sowas von gelähmt Das ging gar nicht mehr Okay Wie gesagt Wir sind da einfach zu lange raus aus dem Game Ich hatte ja gehofft, dass wir nicht nochmal wieder kommen Einfach jetzt mal Einmal ein bisschen länger warten Ob das die so lange gewartet haben Tja Ja, ja, gut Versuchst du machen Ist halt so, oder? Du kannst dich deine Gegner nicht aussuchen, Scherocke Doch, kannst du Einmal länger warten Und dann wieder reingehen können Wenn du dich wechseln Oder der Prälzeldieb Der tuttel tuttel Kannst du nichts machen? Der kann nicht schießen Tja Oh, gucke, hat er Er war ja auf uns noch nicht geschossen Ja, 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 ja Komm, wir gehen nochmal zurück Äh, das Fahrzeug nehme ich nicht nochmal Wenn, dann nehme ich nochmal einmal den Panzer Und dann versuchen wir es einfach nochmal Ne, jetzt warte ich Ne, ich mache was anderes Ich mache keine Drähte mehr Ich hole jetzt Batterien Da sind sie doch eh nicht dabei Das hat damit nichts zu tun Ach, nicht, ne Na gut Ne, das hat damit nichts zu tun Los, mach Attacke Ich will hier Los, zack, 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 zack Ich habe gesagt, ich warte jetzt Zwei Minuten, die die weg haben Nein, Scherocke Komm, die Folge ist eh gleich zu Ende Komm, Attacke Nämlich egal Wenn wir die Gitarren haben Dann gehe ich gleich raus Mach doch Mach ich Mach doch Bin ich feige Mach doch Ich will immer was machen Und dann egal Das scheiß Blitzdiepiegel machen Du willst was machen Weil mich jetzt zweimal Hat er mir einen Arschrecken Du kannst da nichts machen Du bist ein alter Meckerpot Das bin ich auch Du bist ein ganz alter Meckerpot Das ist das Ja, wenn ich Ich hätte damals auf Attacke Hören sollen Ja, jetzt Komm mal, dieselbe Ich hab's doch gewusst Ich hab's doch gewusst Ich hab's doch gesagt Schwarz mindestens Zwei Minuten Aber nee Ist das geil Komm, wir stehen genau nebeneinander Hau ab Geh weg Ja, verschieß deinen Scheiß Mike auch Mike auch Hey, guck mal Weh, da zahlier Beim Gegner Der ist bei mir Eine Freundeslisse Aua Da war ja einer Der war unsichtbar Der kleine Lump Na, die Taktik gibt's anscheinend nicht mehr Oh, was ist das denn? Oh Was ist das denn für Dinger? Fässer, die hier durch die Gegend fliegen? Ja, die letzten neun Waffen Ja Du tust immer so, als wenn ich das alles wissen müsste Ja, musst du doch wissen, weil du dann immer da warst Ja, das ist doch schon ewig her Als wenn ich mir sowas alles merken würde Ja, ist das Problem bei dir Ja, ich hab den Weh da Den schieße ich grad ab Ich weiß, dass er die Quasal-Videos guckt Hehe Oh, hier stehen alle hier im Wege Kann grad nicht Oh, da kommt diese Fässer Oh, die machen anscheinend guten Schaden Oh Oh Ich kann nicht mehr von Du 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 Die Entdeckung Oh nein Ja, jetzt hätte ich Ich hätte die komische Fässer zulattern Ja, die sind aber irgendwie cool Wenn diese so über Landschaft-Pesen Hehe Irgendwie hat das was Ah, ja Seid froh, dass dein Benzinfass nicht kaputt gegangen ist Den wärst du jetzt weg wahrscheinlich Aber wie sieht das cool aus, dieses Dinger Guck mal da Schleichig an Schleichig an Guck mal da Da, da, da Oh Getroffen Da kommt der Nächste Aber so oft sieht man gar keine Doppel-Tsunami mehr, ne Oh ja, warum haben wir uns drei mal Ja, warum haben wir uns drei Vorzeige gesehen Dreie Okay, ich nicht Ich hab gedacht, das hat irgendwann Äh, einen Rückzug genommen Aber anscheinend nicht Ah, diese Fässer, diesen Irgendwie fetzen die Ah, der hat mich auch was noch neu genommen Ja, der hat keine Chance mehr Der hat vorerst aufgegabelt Ja Mein Aufgabelschutz war ja weg mittlerweile Was hat denn der da? Der L-Green Na, die komischen Fässer Ja, ich will das gleich wieder Tsunami Ach, da sind die Das sind diese Fässer, ja Der hat wieder Tsunami Wo hat denn die Fässer da, ich sehe die gar nicht Da oben drauf Ach, da hinten? Ne, das ist der Motor Ne, dort oben drauf waren die Da hinten Kann er schlecht reinsehen Kann er den Gegner nicht sehen Ja Dort oben drauf, die waren ganz oben drauf, die drei Über der Kabine Hinten Da war der Motor Nein Ach, Charon, beruhige dich, ich hole dir gleich eine Herzdruckmassage, du Ich sage dir drei Mal, nein, die sind oben drauf Ah, dieser Mensch ist sofort So, alle gut, mach's gut, hau rein, tschüss Der ist so furchtbar Der ist so furchtbar, der Mensch Der macht mich gespacht Ich kriege hier noch eine Herzkasse vor Ich kriege hier noch eine Herzkasse vor Ich kriege hier noch eine Herzkasse vor Hau rein, tschüss Nein, das ist doch der Motor, kann doch nicht wahr sein, tschüss Nein, das ist doch der Motor